hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTube was live ja ich benutze ich benutze nicht ich nehme viel im Voraus auf heute ist wieder mit also ist Luca wieder mit dabei hallo ich weiß nicht wieso ich viel im Voraus aufnehme macht Bock weil so ein bisschen entsteht auch der Suchtfaktor Jo vor allem in YouTubers live wisst du wenn du gerade hoch geht Jo ja öffne den Kühlschrank, Essen in der Zeit lädt einfach mal eiskalten Block von mir hoch na bei mir lädt gerade einfach mal nebenbei den Block hoch ach komm wir haben ja kuchen wir mal ein Sandwich mehr können wir uns nicht leisten Kurs wir machen mal einen Kurs für Computerwissen für Anfänger das dauert zwar jetzt ein Weilchen aber wie nix Jo naja weil komm dann könnten wir unseren Computer mal kosten kostenlos reparieren das ist billiger von daher in der Zeit quatsch ich einfach mal so ein bisschen glücker ähm ja er spielt gerade auch YouTubers live wie viele Abos hast du momentan 1,3 Millionen 1,3 Millionen ja das ist doch schon mal ein guter Kurs war ja und wann machen deine Mitarbeiter Videos machen ja machst du auch nebenbei Videos ja ja ähm ja ich bin gerade zur Hälfte mit meinem Kurs fertig mein Vlog ist jetzt online ähm ja ok gucken wir uns hier mal Commentaries an wer hat dieses Video nachgearbeitet ich lach mich weg so schlecht Elena ähm wenn du nicht weißt wie man Videos auf haha toll hahaha juck mich nicht ähm Computerwissen für Anfänger weiter und ja jetzt fragen wir mal so rum wer ist dein Lieblings YouTuber oder sag mir mal so eine Art Liste von 3 bis 1 meiner? ja ähm ja mal überlegen Paluten ähm Paluten 1 dann kommt GLP und dann kommt Zombie naja ich gucke immer ähm also was mache ich denn immer ich feiere Paluten auf Platz 1 auch ähm dann wer kommt auf Rang 2 Rotpilz und auf Rang 3 einfach mal Izzy alles klar ja das sind die die mir am sympathischten na sympathischten äh ach am sympathischten ach ist ja egal die kommen mir halt am nettesten vor so ganz einfach ausgedrückt so du verlierst Abonnenten du solltest mehr Videos machen ja ich mache gerade ein Video seid ihr alle blind auf Bäder Augen oder seid ihr einfach bloß blöd sag mal sag mal sag mal ja ich guck und ähm ja was würd ich denn jetzt fragen ach so wie heißt dein Lieblings Minecraft Projekt 1 1 Frieden wir haben jetzt auch immer wenn es so spannend ist weißt du dann gucke ich es am liebsten wenn jetzt irgendwie so ein Kampf gegen Herr Bergmann ist oder so wenn die denen so rumloben oder so oder nötig denn mit ihr gar nicht hat mir an die so juckt eigentlich j es ist ein kleines unnötig unnötig k k und noch mal wieder ein Gameplay Video schon mit Sexta ist auch ihr altet verdient trotzdem Abos das ist aber auch nicht so viel machen die sonne dann schließt sich ähm dann kommt es nicht mehr gut an bei den zuschauern ja mein pc knackst und zirrt das ist ja auch schon gesagt wo du die nächste woche bist selbstgruppe so im süd also wir haben betriebsausflug sagen wir mal so von der selbsthilfegruppe nord zur selbsthilfegruppe süd und hier sieht man jetzt dass es sich gelohnt hat diesen kurs zu machen weil wir brauchen keine 20 dollar mehr zu bezahlen dieses dings da und da kommt der Spieler an die Schößen hallo du Stück Scheiße gehen wir mal hier schützlich die ganze machen oder direkt zweimal dann haben wir wieder ordentlich Money ich habe als 1000 ja ich habe gerade 400 also gleich 400 nichts ja dann aber es wird nicht um so schlecht war oh jetzt habe ich über 400 so dann nehmen wir hier mal einen Kuchen so konsolen was gibt es für konsolen ne z-box wäre ganz geil für 300 euro nö gucken wir uns lieber playstation 2 gucken wir noch ein Spiel dann laden wir eine Freundin ein äh meine konsolen die nein habe ich nicht hey nicht in diesem na 50 euro für ein Spiel ist ein bisschen teuer aber nicht verschlägen nicht verschlägen so gleich müsste es schon auch da sein kara die laden wir mal ein hallo nein reden erst mal reden richtig lange plaudern und dann für den Gemeinschaftsfreude anheuern das ist das beste was du machen kannst ich bin ich dumm dann laden dann dann das ist das für euch ein bisschen ja eiskalt einfach mal eine Bucht eingebrochen an die Pflege zu zocken dann laden wir und schon wieder ein bisschen money so langsam lohnt sich ja von youtube zu leben meine Güte bekommen sie auch endlich rum doch ja 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 So und jetzt auf Wiedersehen. So machen wir mal hier ein Gameplay-Video. Eigentlich würde ich ja dual aufnehmen, aber ja, verjessen, muss ich erst mal freitschalten. So. Und was machst du gerade in YouTube was live? Mein Spiel schützt die Anzeige ab. Ja. Mir wird langsam schwindelig. Warum? Ich weiß nicht, ne. Ah, macht Laune. Oh, nicht klar. Das wird, wenn du auf Drohung bist. Bist du auf Drohung? Nö. Du? Nö. Warst du schon mal auf Drohung? Keine weiteren Angaben. Ich schon, auf Schokolade. Ja, auf Schokolade. Geil. Jo. Ich war mal auf Mentors. Nice. So. So. Jetzt haben wir knapp schon wieder 200 Dollar. Cool. 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 Ja, ich muss ja auch die Zuschauer ein bisschen unterhalten, wa? Ich weiß zwar nicht mit wat, aber wird schon irgendwie klappen. Jo. Achso. Ja, stimmt. Ich wollte auf meinen YouTube-Kanal nachgucken, wie viele Abos ihr kam. Nach meinem verrückten Traum. Jo. Ja. Ja. Mhm. 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 He, arbeit würde gar nicht gehen. So viele Abos. Mhm. 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 Und, ähm, ein paar looten hätte, ähm, viel zu wenige dafür. um drei millionen hinzubekommen so jetzt machen wir den typen noch alle jetzt haben wir das schon mal hinbekommen bei mir sind ja die ganze Rasselbande unterwegs es sind drei Mann in meinem Zimmer haben wir den Tag die auf ne Tür alle Mann raus mit euch Einladung zu einer Party nein es tut mir leid ich habe keinen Bock warum nicht weil ich keinen Bock habe was bekommen wir hier dual aufrüsten immer mal ein bisschen arbeiten für 50 Dollar dann müsste die Show so hochgeladen sein ja das hier ist es ne das nicht tatsächlich machen ein Basketball und kaufen wir mal eine Runde ein eine PSQI aber wie sich die Teil nennt kaufen wir jetzt weiter aber es lädt es lädt einfach die ganze Zeit meine Güte meine Güte meine Güte Gemeinschaften ja das wäre geil nehmen wir mal das hier so die Folge geht schon ja viel zu lange schätzen wir sehen uns ja nächsten Folge haut rein die 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 die